Wann immer sich Ihre Kunden entschlossen haben, Blumen sprechen zu lassen, sprechen sie die universelle Sprache von Zärtlichkeit und Zuwendung. Und Sie erwarten, dass jeder Blumenstrauß dem höchsten Niveau von Handwerkskunst, Qualität und Frische entspricht, sodass diese Gefühle ewig wehren. Da nationale Vorlieben und das Kaufverhalten verschieden sind, sollten Anbieter ein enges Verständnis für florale Tradition und Kultur haben, um sicherzustellen, dass verkaufte Blumenstrauße Ihre Kunden erfreuen. Seit 1987 wird von der Hornfloristik ein führender Anbieter für jahreszeitlich verschiedene Straußen für Einzelhandelsketten in Europa und bietet einzigartige Kombinationen, die nur wahre Meister der Blumen liefern können. Unsere Betriebe verfügen über den Marktumfang und Logistikbereich, um internationale Handelspartner mit den frischsten, hochwertigsten Blumenstraußen zu beliefern. Unser Engagement für künstfertige, traditionelle Handarbeit sorgt dafür, dass jedes unserer Produkte von der Berührung einer Frau profitiert. Unsere weltweite Einkauf und die innovative, umweltfreundliche Verpackung entsprechen den höchsten internationalen Standards in den Bereichen Qualität und Verantwortlichkeit. Durch unsere ständige Marktforschung und lokale Trendfassung beobachten wir regionale und lokale Unterschiede im Geschmack in den von uns ausgewählten Marken. Eine gefestigte Präsenz im bestehenden Markt seit 1987 bringt von der Hornfloristik Anerkennung vor seiner Verbindung des Faktors großen Vorteil mit handgefertigten Qualität und Traditionen. Wir sind stolz darauf, als Meister der Blumen bekannt zu sein. zum nächsten Mal. zur nächsten Mal. zum nächsten Mal. Vielen Dank.